Bluetooth gibt es seit den 1990ern und in den letzten Jahren haben wir uns an immer mehr kabellose Geräte gewöhnt. Die Tastatur und die Maus, die Wearables am Handgelenk und natürlich auch die drahtlosen Kopfhörer. Ich schätze bei den Kopfhörern, dass ich unterwegs kein Kabel brauche. Doch auch zu Hause sind sie praktisch, zum Beispiel beim Fernsehen. Man kann sie mit vielen Smart TVs oder auch mit Setup-Boxen koppeln. Beim Apple TV verbinden sie ihren Kopfhörer in den Einstellungen bei Fernbedienungen und Geräten im Abschnitt Bluetooth. Es ist auch möglich zu zweit, also mit zwei Kopfhörern, das gleiche Programm zu hören. Am iPhone oder iPad öffnen sie das Kontrollzentrum und tippen auf das Airplay-Symbol. Bei Apple Kopfhörern erscheint hier der Befehl Audio teilen, mit dem sie das zweite Kopfhörerpaar verbinden. Die Dual Audio Funktion gibt es auch bei Kopfhörern anderer Marken. Sie verwenden dann die App des Herstellers, um die Wiedergabe auf dem zweiten Kopfhörerpaar zu starten. Das hier ist die App von Bose, in der das Musikfreigabe heisst. Ich habe verschiedene Apps getestet, es aber bei keiner geschafft, zusätzlich den Kopfhörer einer anderen Marke zu verbinden. Das wäre technisch zwar möglich, aber die Hersteller zeigen sich dafür bislang leider nicht offen. Aber mit Kopfhörern wie diesen ist es ganz einfach, das Audio zu teilen. Jeder nimmt einen Stöpsel ins Ohr, was für Telefonate, Hörbücher, Podcasts und auch Filme völlig ausreicht. Übrigens lohnt es sich, die App zu Ihrem Kopfhörer zu installieren. Verwenden lässt sich der Kopfhörer zwar auch ohne diese App, doch je nach Modell gibt es sehr viele Möglichkeiten, den Klang und auch die Bedienung wunschgemäss anzupassen. Bluetooth macht auch Tastaturen und Mäuse flexibler. Diese Tastatur von Logitech lässt sich mit bis zu drei Geräten koppeln. Hier ist sie mit dem Windows 10 PC, einem iPad und einem Mac verbunden. Über diese drei Tasten hier schaltet man zwischen den Geräten um. Genauso funktioniert es mit der Maus. Hier wählt man per Schalter, mit welchem Gerät man sie nutzen möchte. Ein Risiko gibt es. Wenn Sie Ihren Desktop-PC mit drahtloser Tastatur und Maus betreiben, dürfen Sie auf keinen Fall Bluetooth deaktivieren. Denn wenn Sie das tun, haben Sie keine Möglichkeit mehr, das Gerät zu bedienen. Zu meiner Schande muss ich hier gestehen, dass ich genau das vor kurzem getan habe. Ich habe meine Maus und meine Tastatur abgekoppelt und mich auf diese Weise selbst. aus meinem Computer ausgesperrt. Die Rettung brachte dieses Programm namens Teamviewer. Das habe ich so konfiguriert, dass ich von einem zweiten Gerät aus eine Verbindung herstellen und Bluetooth wieder einschalten konnte. Teamviewer bereit zu halten, ist eine unbedingt empfehlenswerte Vorsichtsmassnahme. Das habe ich so konfiguriert, sagant das Gerät ausgesperrt. Die Rettung brachte das Gerät ausgerüstern. Das Gerät ausgesperrt.